Vers 4 Dieser eine höchste Herr bewegt sich nicht und ist dennoch flinker und schneller als Gedanken. Die Devas, Lichtwesen, Gottes Treuhänder im Universum, vermögen ihn niemals zu erfassen, da er immer jenseits ihres Aufnahmevermögens ist. Er eilt ihnen immer voraus. Obwohl er ewiglich still an einem Ort verweilt, überholt er alle, die sich geschwind fortbewegen. Aufgrund seiner Kraft lenkt Vayu, der Deva der Luft, alle Bewegung und Aktivität im Universum. Erläuterung Die Devas, die höchsten Wesen im Universum, deren Bewusstsein die Schöpfung durchdringen, können ihn nicht erahnen, da er jenseits seiner Kreation in seinem Reich existiert. Sie erhalten alle Waltungskraft von Gott und selbst diese Regler aller Funktionen in der materiellen Welt verfügen über keinerlei selbstständige Kraft. Alles wird von Gott gelenkt. Wenn die Seele erkennt, dass jegliche Bewegung im Universum letztlich eine Manifestation von Gottes Kraft ist, entheben sie sich von der abgetrennten Perspektive der Maya. Das bedeutet nicht, dass Gott alles gut heißt, aber nichts geschieht außerhalb seiner Kontrolle. Ein begrenztes Objekt kann sich nur an einem geografischen Ort zur gleichen Zeit aufhalten. Es besetzt nur einen Raum zur gleichen Zeit. Aber die transzendentale Gestalt Gottes ist alldurchdringend. Wenn man sich mit Lichtgeschwindigkeit zur gleichen Zeit in alle Himmelsrichtungen bewegen könnte, kann man ihm überall begegnen, der bereits dort ist. In der Brahma Samhita 5.34 erkennt Brahma, der Weltenbildner, dass selbst, wenn er als Schöpfer von allem für Millionen Jahre mit der Geschwindigkeit des Geistes reisen würde, der Herr für ihn noch immer unerkenntlich und unerreicht bliebe. Doch durch einen aufrichtigen Akt der wirklich gemeinten Zuwendung und Selbsthingabe zu ihm, sowie der Erkenntnis und dem Eingeständnis der vollständigen Abhängigkeit von ihm und des freiwilligen Hinzugehenwollens auf ihn, offenbart er sich der Seele. Bhagavad-Gita 18.55 Er verweilt ewiglich in der spirituellen Welt, die nicht als ein geografischer Ort irgendwo abseits der Welt liegt, sondern alldurchdringend ist. Materielles Bewusstsein nimmt immer nur ein kleines Fragment ihrer wahr. Darum sagt Krishna in der Gita, dass alles Wunderbare der Welt nur ein unbedeutender Tropfen des Meeres seiner ursprünglichen Schönheit darstellt. 10.41 Wir leben in einer Welt der Konflikte und auch in spirituell-philosophischen Kreisen definiert man sich oft durch Abgrenzung. Ein schwacher Glaube braucht einen Feind. Die folgenden Gedanken mögen vielleicht zur Versöhnung widersprüchlichen Verständnissen beitragen. Wenn man glaubt, man müsse eine Wahl treffen zwischen Monismus, Advaita, und Theismus, Advaita, dann befindet man sich bereits in der Dualität, welche nicht alles zum Fassen vermag. Die spirituelle Wirklichkeit kann beide Aspekte miteinander auf eine Weise verbinden, dass es als Hinweis auf eine ganz andere Wirklichkeit verstanden werden kann. In der Vielfalt dieser materiellen Welt gibt es nicht Koexistenz zwischen sich widersprechenden Gegensätzlichkeiten. Sie lösen sich auf. Das Relative hält diese Komplexität parallel existierender Wirklichkeiten nicht aus. Vielfalt und Widersprüchlichkeiten auszuhalten, ist ein wesentlicher Schritt innerer Differenzierung und stellt somit eine Vorbedingung des inneren Weges dar. Advaita bedeutet nicht exakt Monismus, aber nicht Dual. In dieser Welt erleben wir Einheit und Dualität. Advaita bedeutet die Nichtzweiheit. Auf einer höheren Wirklichkeit fallen die Gegensätze in einer umfassenderen Einheit neu zusammen. Considencia oppositorum. Es ist also eine Koexistenz, die sich nicht gegenseitig auflöst, sondern bereichert und ergänzt. Das ist die harmonisierende Qualität der absoluten Realität. Dann braucht man nicht irgendwelche Aussagen der heiligen Schriften zu betonen und andere zu bekämpfen, nur um seine Weltanschauung zu rechtfertigen, sondern erkennt, dass in der Gegensätzlichkeit der verschiedenen Aussagen auf eine höhere Harmonie hingewiesen wird. Diese Ganzheit ist für den Verstand nicht zu fassen. Wenn man das Heilige mit den eigenen Vorstellungen überlagert, resultiert nicht die Wahrheit daraus, sondern die eigene Vorstellung der Wahrheit. Die eigene relative Erfahrung des Absoluten darf nicht verabsolutiert werden, denn das wäre die Stagnation der inneren Entwicklung. Die Advaita-Erfahrung ist Vielheit ohne Konflikt. Die Einheit in der Zweiheit ist die Liebe. Die absolute Wahrheit ist Advaya, Schrimad Bhagavatam 1.2.11, nicht dual, nicht zweihhaft. Das bedeutet, dass es in ihr keine Dualität gibt, dass sie nur eins ist, Es ist eine Einheit, die auch die Vielheit in sich integrieren kann und in der sich die Gegensätzlichkeiten ergänzen. Die andauernden Gegensätze in den heiligen Texten sollen dem Studenten begreiflich machen, in unablässigem Bemühen, vom bloßen Schatten des Wortes zu dem wirklichen Worte hinzufinden, in dem Wort und Idee und die Sache selbst, die durch das Wort ausgedrückt wird, eins sind. Das Aufleuchten dieser Erkenntnis im eigenen Inneren wird Spurti genannt, das Aufbrechen des Sinnes des Wortes. Die vorher einzig wahrnehmbare Schattenhülle des Wortes zieht sich zurück und das ewig göttliche Wort macht sich aus eigener Initiative in seinem wahren Wesen erkennbar. Es ist das Wort, das eine der Seinsweisen von Gott selbst ist, alles umfassend, erfüllend und umhüllend. Es ist wirklich der letzte Grund von allem. Der von Zeit und Raum unbegrenzte Vipu Er ist der Gestalthafte Murtiman Er ist unbefleckt durch Wirken Niralipa Er ist voller Tätigkeit Kriyamana Er ist von allen zu verehren Er ist ein einfacher Kuhhirte in Vrindavan Er steht jenseits von allem Denken Er ist mit dem Auge der Bhakti wahrnehmbar Er ist allwissend Sarvagya Er ist von Liebe überwältigt Mukdata Er ist allen gleichgesinnt Hat keinen Freund und auch keinen Feind Bhagavad Gita 9.29 Seine Geweihten sind im Lieb Sie sind in ihm und er ist in ihnen Bhagavad Gita 9.29 Er ist unbeweglich Anicat Isopanishad 4 Er ist schneller als der Geist Isopanishad 4 Er hat keine Hände und keine Füße Svetasvatara Upanishad 3.19 Er hat eine unbegrenzte Anzahl Hände und Füße Bhagavad Gita 13.14 Rigveda 10.90 Er ist von allem außerordentlich weit entfernt Isopanishad 5 Er ist allem außerordentlich nahe Isopanishad 5 Er hat keinen Namen Er hat eine unendliche Anzahl Namen Scheinbare Widersprüchlichkeiten lösen sich und verweisen auf eine umfassendere Wirklichkeit hin Die höchste absolute Wahrheit hat transzendentale Formen, Eigenschaften und Charakter Da sie nichts zu tun braucht, da alles nur durch seine Ichya Shakti, seiner Wunschkraft geschieht, spielt sie Dieses dramatische Liebesspiel des letztendlichen Bewusstseins nennt man Lila Die heiligen Schriften beschreiben dies, um uns die Faszination der Wirklichkeit zu vermitteln In der Gita sagt Krishna 3.22 dass es für ihn keine Pflicht zu erfüllen gibt, dass er weder einen Mangel empfinde, aufgrund dessen er sich um etwas bemüht und dass er nichts ersehnt Das freie Spiel, wo es nicht um Gewinnen oder Verteidigen geht, bleibt übrig Genau dies charakterisiert reine Bhakti Lila ist also der Liebesaustausch des Höchsten mit den reinen Seelen Krishna hat Ajintya Shakti, unbegreifliche Kraft In dieser Welt schließen sich Gegensätzlichkeiten aus Man kann nicht zur gleichen Zeit der Größte und der Kleinste sein Aber in der Transzendenz ist es aufgrund seiner Ajintya Shakti möglich, Gegensätze zu vereinen Er ist zur gleichen Zeit alldurchdringende Energie wie auch Individualität Krishna, die absolute Wahrheit, spielt in Vrindavan wie ein Kind Seine Freunde beklagen sich bei Yashoda, seiner ewigen Mutter, dass Krishna Erde gegessen habe Sie kommt und bezichtigt ihn Er, der die Ursache von allem ist, der selbst von der Angst in personifizierter Form gefürchtet wird, ist nun wirklich ängstlich vor seiner Mutter Mutter Yashoda will Sri Krishna behilflich sein und bittet ihn, seinen Mund zu öffnen Und erblickt in ihm Millionen von Universen, ja die gesamte Schöpfung Das ist die Bedeutung von Advaita, nicht Dual Diese höchste Wahrheit ist ein individuelles Wesen und in ihm existiert keine Dualität Es gibt in ihm keinen Unterschied zwischen innen und außen Von ihm gehen alle Universen aus und zur gleichen Zeit sind sie auch in ihm Bhagavad Gita 9.4 Yashoda aber ist geblendet von ihrer elterlichen Liebe, Yogamaya, und denkt, Krishna sei unter dem Einfluss von einem Geist Und ruft Brahmanen, um diesen Geist auszutreiben und um Krishna zu beschützen Sie denkt, dass aufgrund dieses Einflusses ihr Kind so unruhig sei und deshalb von Haus zu Haus schleiche und Butter stehle Krishna hat überall in Vrindavan Butter gestohlen Seine Mutter hat ihn einmal dabei erwischt Krishna hat sein wunderbar schwarzes Gesicht noch voller Butter und ganz ängstlich sagt er Oh Maya, ich habe keine Butter gestohlen Äußerlich sieht es so aus wie eine ganz gewöhnliche Alltagsszene in einem indischen Dorf Eine Erzählung, die dort seit Generationen erzählt wird Aber da Krishna die höchste Wahrheit ist und auf Erden spielt mit seinen ewigen Beigesellen Ist darin die tiefste Weisheit des Vedanta verborgen Ist es Lüge, wenn Krishna sagt, er hätte keine Butter gestohlen? Alles kommt aus der absoluten Wahrheit und ihr gehört alles Man kann nichts stehlen, was einem selbst gehört Krishna ist effektiv der alleinige Besitzer von allem Bhagavad Gita 5.29 Das ist Advaita, nicht Dualität Das Zusammenfallen aller scheinbaren Widersprüchlichkeiten Bei ihm wird die Lüge zur Wahrheit Krishna spielt mit unzähligen Kuhhirten in den Wäldern Vrindavans Er spielt auf der Flöte und sein Wesen ist nur Lieblichkeit, Romantik und Schönheit Alle Eigenschaften, die einen in der zeitweiligen Welt anziehen, haben ihren Ursprung in der Wahrheit Mit all seinen Kuhhirtenfreunden sitzt er nun im Wald von Vrindavan Sie lachen miteinander und essen Jeder von den Millionen von Freunden denkt Sri Krishna sitze direkt vor ihm Und er spreche direkt mit ihm und teile mit ihm die Nahrung Ein Freund sagt zu Krishna Bitte esse auch von diesem Samosa, welches meine Mutter wunderbar zubereitet hat Und steckt es Sri Krishna in den Mund Alle von den Kuhhirten im Kreise haben diese Erfahrung Direkt vor Sri Krishna zu sitzen und von ihm angesprochen zu werden Das ist die Bedeutung von Advaita Die Wahrheit ist unlimitiert und muss deshalb auch allgegenwärtig alldurchdringend sein Aber in seiner Unbegrenztheit ist sie auch individuell Wenn sie nur alldurchdringend wäre und nicht auch gleichzeitig lokalisiert Dann würde ihr ein Aspekt fehlen Das Unbegrenzte muss also gleichzeitig beide Aspekte umfassen Sonst wäre es limitiert Die Erfahrung von Form in der physischen Welt Ist immer nur an einem Ort begrenzt und limitiert Aber in der Transzendenz koexistieren gegensätzliche Eigenschaften Sri Krishna sitzt mit unzähligen Freunden zusammen Und jeder erfährt, dass er direkt neben ihm sitzt Und eine intime Beziehung mit ihm hat Das ist Advaita Es gibt bei ihm nicht ein Vorne oder Hinten In den theologischen Systemen der Welt Findet man immer die soziale Struktur des Patriarchates In das Gottesbild hineingewoben Gott ist der Vater Es existiert so viel männliche Dominanz im Gebiet von Theologie Aber warum sollte Gott männlich sein? Das Bhagavatam erklärt, dass die absolute Wahrheit auch weiblich ist Mann-Frau-Aspekte sind ein fundamentales Prinzip Das fast die gesamte materielle Existenz durchdringt Da diese Welt eine Spiegelung der Wirklichkeit ist Muss dieser Aspekt auch im ewigen, transzendenten Ursprung Seine Grundlage als Grundentwurf, als Archetyp vorhanden sein Die Veden offenbaren Radha und Krishna als die eine absolute Wahrheit Die sich ewig in zwei geteilt haben, um den Austausch der Liebe selber zu erfahren Diese Einheit wird Prema Bhakti genannt Der Schimmer dieser Liebererfahrung der nicht-dualen Welt Ist auch hier erfahrbar als Bhakti-Yoga In der liebenden Hingabe zu Gott Wenn Krishna Vrindavan verlässt und Radhika in den Wäldern Vrindavans weinend zurückbleibt Dann erinnert sie sich an das wunderbare Lächeln Krishnas Wie er singt Wie er so bezaubernd auf der Flöte spielt Und alle sich bewegenden und nicht bewegenden Lebewesen damit betört Vögel und Bäume sind absorbiert in Trance In den Trennungsgefühlen absorbiert In die Erfahrung an Krishna Spürt Radha plötzlich ganz sanfte Hände Die ihre Augen bedecken Ist es Lalita oder Vishaka? Nein, ich bin es Und Sri Krishna steht direkt vor ihr Radhika kann es noch nicht glauben Und Krishna wischt ganz sanft mit seinem eigenen Pitambara Krishnas gelben Tuch ihre Tränen ab Wieso weinst du? Ich werde dich nie verlassen, sagt er Im nächsten Moment verschwindet diese Spurti Vision Und Radhika fällt im erneuten Trennungsschmerz bewusstlos zu Boden In dieser Welt sind wir mit einer Person zusammen oder getrennt von ihr Trennung wie Pralamba und Begegnung Samboga sind nie gleichzeitig Aber in der transzendentalen Sphäre existiert keine Dualität mehr So gibt es Begegnung in Trennung, Prema Vivarta Und auch Trennung in der Begegnung Das ist die Erfahrung von Advaita Nicht Dualität In dieser Welt ist Klang und Form voneinander verschieden Durch Klang ist die Form nicht direkt erfahrbar Aber absoluter Klang, der heilige Name Gottes Vermag alle Wahrnehmung zu vermitteln Berührung, Geruch, Geschmack, Begegnung und Beziehung Er ist direkt das, was er bezeichnet Aus diesem Grund ist die Erfahrung der transzendentalen Wirklichkeit Zugänglich in dieser Welt durch das Medium von spirituellem Klang Durch Absorption in den heiligen Namen Erweitert sich dieser in die Form der absoluten Wahrheit In den Geruch des Absoluten In das Flötenspiel des Höchsten All das ist erfahrbar durch nicht-dualen Klang Der heilige Name Gottes Das ist die Erfahrung von Advaita Ein Saragrahi Vaischnava Essenzsucher der Wahrheit Ist nicht verwirrt oder angehaftet An eine bestimmte Theorie oder religiöse Doktrin Denn Gott ist immer mehr als alles Immer der gänzlich Andere Derjenige, der alle Widersprüchlichkeiten In sich zu vereinen mag So gerät er nie in Schwierigkeiten In seinem Vertrauen und in seinem Glauben Der Art, die Welt zu betrachten Wenn es widersprüchliche Aussagen gibt Er vereint die beiden Randpositionen Einerseits lässt er Zweifel zu Und lädt genaueres Verstehen ein Und andererseits kann er noch immer tief an Gott glauben Dieser Wahrheitssucher erblickt essentielle Wahrheit Auch in Traditionen außerhalb der eigenen Wahrheit ist nicht limitiert auf die Formulierung der Wahrheit In der Krishnasamita umschreibt Bhaktivinoda Thakur drei Arten von mentalen Störungen Die einen hindern, die wirkliche Essenz zu betrachten Sie sind Ausdruck der Unfähigkeit von der Integration der Gegensätzlichkeit Alokshaka Visuell Das innere Gestörtsein an unterschiedlicher Äußerlichkeit Wie Kleidung, Aussehen, Lebensstufe In Klammer Ashram Man fühlt eine Disinklination Sich tiefer mit einer heiligen Tradition auseinanderzusetzen Aufgrund visueller Unterschiedlichkeiten Alokshana Rituell Man reagiert auf das Anderssein Der Art der Verehrung Den heiligen Orten Den Einschränkungen und Regeln der Tradition Sei es, dass man davon angezogen wird Oder sich abgestoßen davon fühlt Man fühlt eine Disinklination sich tiefer mit einer heiligen Tradition auseinanderzusetzen Aufgrund ritueller Unterschiedlichkeiten Alokshya Konzeptionell Man kann die visuellen und rituellen Andersartigkeiten ohne Störung integrieren Ist aber verwirrt von konzeptionellen Unterschieden Es mögen andere Anschauungen sein Der Doktrin Ein anderes Gottesbild Und das Unvermögen Die Tvater-Advater-Dichotomie Zu vereinigen Man fühlt eine Disinklination Sich tiefer mit einer heiligen Tradition auseinanderzusetzen Aufgrund konzeptionellen Unterschiedlichkeiten Wenn eine suchende Seele sich nicht mehr stören lässt Durch die Unterschiedlichkeiten und Widersprüche an der Oberfläche Vermag sie die wirkliche Essenz der Gotteszuwendung wahrzunehmen Die nicht mehr konfessionelle Art ist Und sich nicht mehr über Äußerlichkeiten und Abgrenzungen definiert Sie umfasst alle Zweiheit auf einer höheren Ebene Verbindung zum nächsten Vers Im nächsten Vers wird dieser Isha, um dessen Erkenntnis sich alles dreht, noch vertiefter beschrieben Und dann